Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das FuckCorona Bundle von Hämatom. Alle weiteren Informationen zu dieser EP, der Tracklist und dem Bundleinhinhalt, sowie natürlich auch die Links zur EP und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. FuckCorona von Hämatom, das Ganze am 6. April erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist ein neues Bundle von Hämatom anlässlich der aktuellen Corona-Krise und das Ganze nennt sich passenderweise auch FuckCorona, in diesem Fall mit einem Hashtag FCKCRN abgekürzt. Wir werden das Ganze mal aus der Folie schneiden und uns dann im Detail ansehen. Dieses kleine feine Bundle gab es exklusiv über den Webshop von Hämatom zu bestellen und nicht irgendwie regulär im Laden. Die EP gibt es auch nicht physisch, also die gibt es eigentlich nur digital und in diesem Bundle die einzige physische Variante. Also ohne Bundle kommt man nicht an die physische Version. Ja, wir haben hier das Bundle bestehend aus zwei Teilen und zwar haben wir einmal hier die EP und zum anderen hier ein Poster. Wir starten natürlich wie immer mit der Musik, also mit der EP. So sieht das aus, das ist das Cover. Hämatom lesen wir hier, dann haben wir hier die Maske, allerdings hier verhüllt. Also die kombinierte Maske aus den diversen vier Bandmitgliedern hier noch zusätzlich verhüllt mit einem Mundschutz. Und hier auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Fünf Tracks sind es geworden, drei davon neu, also die ersten drei. Und Nummer vier und Nummer fünf sind all die Songs nochmal neu live aus der Quarantäne eingespielt. Dann hier die Beteiligten und die Credits, all das hier im Überblick. Und im Hintergrund sehen wir auch noch groß in schwarz und rot so einen klassischen Erreger, also so eine Corona-Vire unter dem Mikroskop. So, die CD sieht dann so aus, auch hier wieder in schwarz und rot. Und das Ganze kommt in einer Papphülle. So, und als zweiten Bundleinhalt haben wir hier ein Poster. Das klappt mir mal komplett auf, es ist recht groß. Gar nicht so einfach. So, aber jetzt. So, wir haben hier zum einen, also auf der einen Seite, auf der Vorderseite, riesengroß nochmal das Album-Cover, also EP, das EP-Cover. Hier oben wieder mit dem Schriftzug Hämatom. Dann die Maske mit dem Mundschutz verdeckt. Und dahinter dann wieder der Virus. Oder das Virus. Und auf der Rückseite, wenn wir das Ganze umdrehen, haben wir ein Bandfoto. Und hier sind alle vier Herrschaften zu sehen, so wie man sie kennt, mit ihren Masken bzw. mit ihrer Schminke. Das Poster in schwarz-weiß. Und dann haben wir hier noch die Unterschriften. Allerdings, die Unterschriften hier, so wie ich das gerade feststelle, aufgedruckt. Also das wurde hier nicht mit einem Stift gemacht, sondern das ist hier mit dem Poster hier aufgedruckt worden. Ja. Etwas schade, hätte man natürlich auch noch Original unterschreiben können. Aber ja, ist so. So, dann packen wir das Poster wieder zusammen. Wie gesagt, beidseitig bedruckt. Einmal im Querformat. Ups. Und einmal im Hochformat. Das ist die Frage. Wahrscheinlich am besten noch einmal so. Also, die Seite im Hochformat in Farbe und die Rückseite im Querformat. Die ist dann schwarz-weiß. Gut, das war es auch schon. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in diesem Wandel befindet. Einmal das eben gezeigte Poster, beidseitig bedruckt. Einmal Querformat, einmal Hochformat. Und natürlich die zugehörige EP, die Fuck Corona EP in der Papphülle mit insgesamt 5 Tracks. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Wandel. Fuck Corona von Hämatom. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der EP? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Hämatom unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war es für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt euch auf. Ciao.